Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute die erste Fußball-Challenge, den man kennt je. Für die Leute, die ihn nicht kennt, Masi Kornings Nummer 10, unser Linksaußen, elf Buden bisher. Sympathischer Mann, unser Platz in der Kabine, wir sitzen nebeneinander, knallen uns regelmäßig das Gehirn weg, haben einiges für euch vorbereitet, seid gespannt. Lattenschießen, ganz klassisch, zum Reinkommen, jeder fünf Schuss, wer die meisten an die Latte knallt, entscheidet diese Challenge für sich. Eine Empfehlung an den mann, der darf nicht mit rechts machen, weil den hast du nicht mal zum Feuer austreten, das ist klar. Also ab, ab. Ich hab heute extra meine Scharfschützen-Geläre angezogen, damit kann nicht schief gehen. So kann man mal treffen. Zack, von. Oh, der war, der war, der war leider. Oh, hör auf jetzt. Das war ein Limit. Oh, schönes Golas. Leider nicht. Okay. Ja. Oh, ist der schön. Nattiges Ding. Oh, nee, das reicht nicht. Oh, der schlechte Fisch. Jetzt. Oh, le, oh, le. Kein Druck. Kein Druck, kein Druck, mit Druck muss man umgehen können. Ja, der kann mit Druck. Ich nicht. Ich. Ich. Vielen Dank, Fission. Ich stehe für euch. Zuuu. Vomass. Ich sag doch, ich hab die Scharfschützen-Gewehre doch mitgenommen heute. Meine Sniper hab ich hier. So, Freunde. Erste Challenge verloren. Kack drauf. 2-1. Zweite Challenge. Bell rein drehen. Da vom 16er Eck. Der Bell darf nicht auf dem Boden. Das heißt, die Rätst rein. 3 mit rechts, 3 mit links. Yalla. Nur die Rätst. Leute, ihr seht es dahin. Es ist jetzt 10 vor 1. Also in 40 Minuten mehr Anpfiff. Ein paar Leute versuchen echt hier reinzukommen. Die haben nicht mitbekommen, dass das Spiel ausfällt gegen Bellenmoors. Ja. Leider haben wir keine Karten für euch. Aber die kommen wegen uns. Erst mal an der Tür ziehen jetzt. Die kommen wegen uns. Zuschauer sind natürlich erwünscht, aber eigentlich haben wir das nicht groß angekündigt. Damit haben wir nicht gerechnet. Das Publikum ist da. Perfekt. Das ist ja bodenlos. Let's go. Gut geht es. Yalla. Gut geht es. Hätte gereicht aber. Hätte gereicht, ja, ja. Ist egal. Ob hoch oder flach. Ja, ja. Hätte gereicht. Komm, ein muss jetzt. Sonst habe ich... Sonst zeige ich dir das mit rechts. Ja. In rechts zeigst du mir das nicht. Ja. Ich zeig dir das jetzt mal. Ne, ja, nicht. Komisch, mit rechts. Ich benutze die. Ja, ich bin das für die. Ne, ich kann den ja noch nicht mal anbringen. Leute, ich schau dich rein mit rechts. Mein starker Buch. Boah. Hilfe. Das Ding ist, man kann nur gewinnen mit rechts. Man hat keine Erwartung. Jetzt haue ich einfach rein. Ja, dann ab auf andere Seite, ne. So, Freunde. Schwacher Fuß. Wir nehmen das auch ernst. Nummer 10. Alles klar. Ja. Auf Hiff, ja. Oh, ist der gut. Da bin ich doch! Links doch starker! Was denn? Oh dumme, du hast Druck! Kannst du nochmal sprühen hier? Ne, ne. Mach mal! Mach mal! Ich schwenke um auf links jetzt! Habe ich auch gerade gedacht, aber... Das war mein erster... Einer muss dabei sein! Du bist hier und werde ich dich! Aufhiff! Das ist... Weil dein Linker einfach Gott ist! Mein Rechter ist dafür umso mehr Scheiße! Deinen Linken hast du nicht mal zum Stehen! Deinen Rechten! Zweite Tor! Du hast keinen Druck! Du hast gar keinen Druck! Oh! Egal! Unentschieden! Unentschieden! So Leute! Dritte Challenge! Es steht 1-0 für Korn! Erster der gewonnen! Zweit unentschieden! Jetzt Two-Touch Challenge! Henk spielt die Bälle neben dem Tor! Scharf! Aus dem 16er raus! Kon hat zwei Kontakte! Ich bin im Tor! Jeder hat fünf Schuss! Die Bälle! Ich bin im Tor! 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 Herr Siv! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Man weiß einfach nicht, wann man da ist. Das war so geguckt, Digga. Tschüss! Du hast so durchgelongert. Digga, man sieht nichts. Ich schwöre, man sieht nichts. Ey, das gibt's nicht. Digga. Jetzt hat er den Drehraum scheiße. Berührt, oder? Ja. Ja. Erstmal ihn. Digga. Ach so, ich dachte, dass wir dann abbrechen oder so. Ach so. Du hast gleich noch weiter zurückgelegt. Digga, ich dachte, du gehst da hin. So wie das aussah. Geht da hin, haut ihn rein. So sah das aus gerade. Halt ihn! Halt ihn! Halt ihn nicht! Halt ihn doch mal! So hab ich dich eingekauft. Halt ihn doch mal! Let's go! Das ist unmöglich. Halt ihn doch! Das ist unmöglich! Halt ihn doch! Wie konntest du? Drei Treppen? Eins, jetzt! Wir schieben schon mal. Jetzt mal ein Risiko. Einfach durchlaufen. Ich habe ausgeglichen. Wichtig, 1-1, noch zwei Challenges. Nächste Challenge, gegen löppen, gegen passen, gegen spielen, dass er zurückfliegt. Einmal darf er aufkommen. Man kann auch direkt, wie man will, wie der Ball kommt, einer ist im Tor. Rausch! Das ist so schlecht! Wow! Schön! Torch! Wichtig! Und vor allem? Nichtig! Wichtig! 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 ja wieder verloren scheiß drauf letzte challenge mit diesem teil hier wir schießen von dem halbkreis der mittellinie der natürlich mehr entfernt zum tor ist und jeder hat fünf schuss wir müssen im tor land egal wie wenn er aufkommt und rein springt ist gut wird wahrscheinlich nicht passieren aber hauptsache ins tor also jetzt musste ich ausgleichen das kann nicht sein tor vorbei Richtig! Immer ein zweimal! Richtig! Immer ein zweimal! Richtig! Einer! Ja, die zieht da rein! Die zieht da rein! Ja Leute, verloren! Scheiß drauf! Verlierer bezahlt natürlich Grillen! Kein Problem! So lecker! Sonst schmeckt immer gut! Ne, egal! Hat Bock gemacht? Auf jeden Fall! Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Teil 2 sehen wollt, Teil 3, was auch immer oder ob ihr in Zukunft ein paar Teile abfilmen sollen. Jetzt hat es halt gepasst! Spiel ist ausgefallen! Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst gerne ein Like oder ein Abo da, ein Kommentar, was auch immer! Checkt die anderen Kanäle ab! Checkt den ab! Und dann danke ich euch fürs Zuschauen!